Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rocket League! Was macht denn der? Das weiß ich nicht den hat er über mich gelübt war auf jeden Fall nicht nett Oh, geht das schon wieder los Oh, Doktor! Kriegst es Doktor geht auf Poo-Füllung Oh, er ist mal den anderen Weg getreten Oh, sorry Doktor War nix Oho Äh, ja, ok Oh, ich hab ihn gefreezed Geil! Ja und ich wär fast dran gekommen Er war aber vor mir dran Bin ich unten drunter her gesprungen Das hat mich etwas überfordert gemacht Da hab ich grad gekommen Und da kommt er, Mist Macht nix, läuft bei uns Ah, 1-0 ist kein 1-0 Italiano! Richtig Da kennen wir uns aus Und nach vorne Nein, doch Was? Ich wurde zerstört Ich wurde zerstört Ich auch Ich wurde weggedreht Ich bin drunter Ich bin drunter durchgefahren Ja, das kann man auch machen Weg, weg! Danke! Jawoll! Oh, oh Oh, oh Ich wurde schon wieder zerstört Das geht aber auch Oh, sorry So schnell So schnell Ich bin drunter Ja, das macht auf jeden Fall Spaß So Auf alle Fälle Ich bin drunter Oh, oh, oh 65 Ja, das ist nichts Ja, das ist nichts Das war mein Fehler Das war mein Fehler Oh, oh Oh, der kommt Mitte Nein Wir fahren alle dran vorbei Oh, oh, der ist drin Ja Oder auch nicht Wenn Dr. IQ trifft Schade Jo, noch 2 Minuten 30 Ah, das ist noch nichts Spiel, Spaß und Spannung Das ist das Motto Oh, der kommt da vorne Schade Short, 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 short Und nochmal Mitte Oh, da hat jemand eine Box mehr gehabt Ah, das war Nichts so gut Gut Macht nichts Ah Oh, er hat ihn Ah Ja Nein Das gibt's doch nicht Irgendjemand wurde wieder eliminiert Er kommt in die Mitte Er kommt in die Mitte Bitte, 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 bitte Da ist doch keiner Doch, da war jemand Nein Er kommt nochmal bitte Oh Oh Nein Jawohl Ich glaub irgendjemand wollte sich grad mit mir teleportieren Wenn ich das nicht gesehen hab Das wär lustig geworden Dann wärs mein Tor gewesen Oh ja Ach gut, ach gut Tor Aufholjagd beginnt Jawohl Läuft doch Ein bisschen konzentrieren Dann geht er Oh ja Nein Au 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 Nenner ich habe besprochen abjabbar ist die Sachen hier ich komme damit nicht klar mit dem jawohl läuft doch fast eine Minute und neun Sekunden drei Tore aufgehört also was wollen wir mehr aber ich hab doch ich hab doch den Wix in meinem Rücken schon wieder gespürt ich wusste es das ist so gut und jetzt was Gescheites oh yes fast hat denn jemand ich hab ihn nach vorne geschossen Doktor hat ihn in die Mitte ne Doktor wurde weggekickt das ist nett Mitte 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 Er kommt Mitte Ja ich wurde weg telekrutiert Mist So der kommt zu denen wieder Oh ich werde hier gerade rumgeschleudert Komm nach vorne Oh mein Auto ist kaputt Ja und ich war dran vorbei Oh 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 Kein boost Kein boost Kein boost Ich habe Stachel. Ich muss dich doch nur berühren. Mies. Wie ist ein Blittfisch? Fahre ich hier rum. Oh. Oh. Ich habe mal eingefroren, dass die nicht nach oben zu uns kommen. Ja. Und ich verkack's. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Komm noch mal. Oh, der war schlecht. Okay, der ist gefreezed. Das ist gut. Sehr gut. Nein, jetzt wurde ich weggepoppt. Mann. Schön weggedreht. Das ist... Mitte. Nochmal bitte. Verlängert. Ah, dieser blöde Magnet. Der ist so pimmelig. Oh, oh. Wer hat den jetzt? Aber Doktor hält ihn gut hoch. Nice, Doktor. Oh, jetzt ist er. Jetzt, jetzt. Ich glaube ich nicht. Ich glaube ich nicht. Ich glaube ich nicht. Ich glaube ich nicht. Jawohl, ich bin schön. Sauber. Es läuft doch. Diese Teile sind einfach am coolsten. Ja, man muss halt dort den Ball treffen. Nicht so blittfischig, wie ich da rumrenne. So, dann macht man das nächste. Fünf Mittelfeldpässe. Ein Nachspieltor. Da gemacht. Zwei Vorlagen. Doktor Ruiz. 603 Ballberührung. Wer hat das gemacht? Ich hab nicht. die hier gibt es ist doch gescheatet irgendwas läuft nicht rund nachher haben aber sowas ja wir haben auch gute Pings das ist ein Stopp der seine Pings 104 116 das ist ja schon lange nicht mehr schon lange nicht mehr werden er hatte ich einmal weil ich hochgeladen ab zu den Zeichen nur nicht die doofe Arena die habe ich nur einmal gesehen macht Spaß okay das ist lustig gibt es ja auch so regulär oder nur in dem Spielmodi ich glaube die gibt es auch so aber nicht im Rang sondern nur in so diese Freundschaftsspiel ja habe ich bin dran vorbeigefahren komm nach vorne ich komme nicht hin habe ich auch nice so ein bisschen boost wäre ganz gut gut jetzt hier hat es war pure Absicht ist okay schön das ist was mich erwischt erst mal weggekickt okay 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 komm nach vorne ich kann nicht anhalten nein der ist gefüst doch mal ach wisst der blöde Magnet ist noch dran nein ich wollte die eigentlich nicht zerstören ich habe mich zu spät geportet Mist Mist als sei der 1 0 ist kein da wird sich probten darf ach ist schade am besten knapp er wird den Portnulli und ich so ganz wird aus irgendeinem das dauert so habt ihr den wir vorbei wie musst du oh ja der war knapp der deutsche ist auch wenn man das geht ich mag auch mal wieder die stacheln haben die sind lustig ach ja schon wieder die italien italien der kommt auf jeden fall das war eigentlich ein sicheres tor weil er mir weggeboxt von dem mensch nein wie ist man jetzt ein Doktor hat die stacheln ah ok dann gehe ich dich fort wir haben gerade aufgehört Mist schade der kommt nach vorne oh der Drecksack klasse ich weiß immer noch nicht was macht diese goldene faust du schießt egal wie lange du bist zu einem starken schuss und du zerstörst die anderen direkt also jetzt wärst du quasi voll geboostet ah ok dann habe ich das system verstanden der ball der springt mir viel zu oft hin und her ich fahre wieder zurück ins tor wer hat ich hab da auch mal knet der hat schon wieder die stache das gibt es doch nicht egal 3 1 1 ah ne der hatte gar nicht die stache ah magnet hat er gehabt ok ok nice Doktor der Doktor geht auch ohne er geht auch um abrum nach und leise nach so ist so muss das laufen gut und doch mal Doktor h schade kommt noch mal kommt noch mal er wurde für ich habe ich aber gar nicht mehr berührt ich bin nur der Achtung da oder selbst recht macht dankeschön der hat zu ja ich muss auch mal nett sein und sehr schön nice Doktor dreht auf da wollte wieder jemand klauen da das war das war das war das läuft bei uns hier gerade Doktor hat ihn abgewehrt es tut mir leid macht nix um schießen jetzt hin weiß nicht da oh ich habe auch gefriest glaube ich ich habe ihn auch gefriest glaube ich ich habe ihn auch gefriest glaube ich ich nehme eine Ehrenrunde hier kommt wieder vor ich fahr hier nur im kreis Mensch kommt mir vor bei 1 wer der da ist einig wer der da ist einig noch nicht so ganz machen wir noch Zeit oh der ist da vorne der kommt wieder vor ah schade alter diese wirbelstürme da immer und fliegst du eben schon nach tage rum oh nice Doktor ah mitte 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 komm jo nein sehr schön jawoll jawoll ne ich habe ihn nicht geboxt ne der andere hat ihn reingeboxt glaube ich da bumm Latte ist kann man machen dankeschön ich hoffe es ist ein super feld mit der Faust die Hand Gottes erster ballkontakt das ist immer das wichtigste beim spiel jawoll jawoll jetzt hat sich jeder jeder darf mal jeder darf mal jeder darf mal oh yes der war gut richtig schön jetzt habe ich auch meine Daseinsberechtigung für die Runde hier und kommt er na Doktor was Mist hat er keinen boost nein das war das war nicht so nicht geplant wo abgedeht wenn ich weiß wo er hinspringt dann vielleicht jawoll jetzt noch sehr schön aber auch mehr Glück wie Verstattung durch das ab achte guckt sich an wenn du angestimmt wirst verlierst du die Nägel da angestimmt und er will verloren und okay egal die macht die x war gewollt das ist was anderes ist das da ist schon war der Hundeson die 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 habt ihr eventuell aus darauf los das ist ein freud aber tolle von ihren haufen mit dem spiel das war brutal das ist heftig das ist eigentlich dass der in die andere richtung geht hast du den woher er abertiert kommt immer wenn es noch ankommt jeder daneben was mache ich ja nix mache ich in der letzten sekunde egal das ist schon okay das darf man machen was du auch direkt hast ja das war cool und vorbei ich konnte mich gerade sofort teleportieren war ein kleiner bug ausnahmetalent ausnahmetalent jetzt werde ich rot gut da war es auch wieder für diese folge wenn es euch gefällt sehen wir uns nächstes bis dahin haut rein tschüss 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 tschüss